oh wie geht es dir bist du harry potter was geht es mir gesagt harry potter rück dich weg fass mich nicht an wer ist das überhaupt du kommst du mal in die straße ich würde dich nicht sehen warum hätte ich keiner was ist der boss was ist das ja jetzt bist du dieser harry potter hat alles auf kamera ich zeig dir diese harry erwarte ab das habe ich gehen kökseln ich gehe nach habs wegen dir geh ich diese habs nochmal wer bist du was du gehst redet lass mal geh mal weg